Die Fesseln des Bösen von Jean-Christophe Granger. Es liest Martin Kessler. Erster Teil. Das Lesquanque missfiel ihm in jeglicher Hinsicht. Ein Stripclub, angeblich angesagt. Im dritten Untergeschoss eines heruntergekommenen Gebäudes im zehnten Arrondissement. Wände, Boden, Decke, alles schwarz. Schon als Stéphane Corceau, Leiter von Team 1 der Pariser Kriminalpolizei, die Treppe hinabgestiegen war, hatte sich ein dumpfes Dröhnen wie das einer U-Bahn durch seinen Magen gewunden. Doch nein, es war ein simpler Soundeffekt à la David Lynch, der ihm den Atem raubte. Der Korridor war mit Fotos von Pin-up-Girls aus den 50er-Jahren dekoriert, erhellt von einem schmalen LED-Leuchtband. Er mündete in einer Bar, in der die traditionellen Flaschenreihen hinter der Theke durch Schwarz-Weiß Fotos von baufälligen Industrieanlagen und verlassenen Hotels ersetzt worden waren. No comment. Corceau war den anderen Zuschauern nach rechts in einen Saal mit roten, ansteigend angeordneten Sitzen gefolgt. Er hatte sich in eine Ecke gesetzt, Voyeur und Voyeuren und darauf gewartet, dass die Lichter ausgingen. Er war gekommen, um das Terrain zu sondieren und war, was das betraf, bedient. Laut Programmen, das auf einer schwarzen Plastikfolie mit weißer Schrift notiert war, die an ein Röntgenbild erinnerte, waren zwei Drittel der Show überstanden und Corceau fragte sich wohl zum hundertsten Mal, welchem bizarren Snobismus es zu verdanken war, dass diese Art kitschiger Darbietungen, die hier gemäß der gewählten amerikanischen Terminologie als New Burlesque bezeichnet wurden, wieder in Mode kam. Er hatte bereits Miss Velvet über sich ergehen lassen, eine tätowierte Brünette mit einem Louise-Brooks-Haarschnitt, außerdem Candy Moon mit ihrem Tanz der sieben Schleier, sowie Gypsy La Rose, die eine Brücke machen und dabei ihre Schuhe ausziehen konnte. Nun wartete das Publikum auf Mamsel Netouche und Lavadol. Emilia kam ihm in den Sinn und die Scheidungspapiere, die seine Anwältin ihm an diesem Tag geschickt hatte. Sie waren der eigentliche Grund für seine schlechte Laune. Rechtlich gesehen kennzeichneten diese Schriftsätze nicht etwa das Ende des Verfahrens, sondern im Gegenteil, erst den Beginn der Feindseligkeiten. Es handelte sich um eine offenbar von Emilia diktierte Flut aus Verletzungen und Lügen, auf die er mit der gleichen Heftigkeit würde reagieren müssen. Grund für die Auseinandersetzung war ihr gemeinsames Kind Tadeh, ein kleiner Junge von demnächst zehn Jahren, für den Corso das alleinige Sorgerecht beantragt hatte. Dabei ging es ihm weniger darum, seinen Sohn bei sich zu behalten, als darum, das Kind von seiner Mutter fernzuhalten, dem seiner Meinung nach schlimmsten Übel überhaupt, war sie doch eine hohe Beamtin bulgarischer Herkunft, die auf harten SM stand. Der Gedanke trieb ein Schwall Säure in seine Kehle und er fürchtete, dass diese Angelegenheit in einem Magengeschwür, Leberkrebs oder vielleicht sogar Mord und Totschlag enden könnte. Mamsel Netouche betrat die Bühne und Corso konzentrierte sich. Eine Blondine mit milchweißer Haut und Hüften wie ein Mammut, die nichts trug als eine Federboa, zwei silberne Sterne auf den Brustwarzen und einen schwarzen String, der die Dame nur mit Mühe komplett umspannte. Das brachte Corso's Gedanken zu dem eigentlichen Grund seiner Anwesenheit in diese obskuren Spelunke nach 23 Uhr. Zwölf Tage zuvor, am Freitag, den 17. Juni 2016, war die Leiche einer Tänzerin aus dem Lesquanc am Rand der Mülldeponie an der Poterne des Pöpliers in der Nähe der Place d'Italie gefunden worden. Sophie Serret, alias Nina Weiss, 32 Jahre, nackt und mit ihrer Unterwäsche gefesselt. Die junge Frau war auf schreckliche Weise entstellt. Der Mörder hatte ihr Gesicht in einem überdimensionalen Schrei erstarren lassen, indem er die Mundwinkel bis zu den Ohren aufgeschnitten und ihr einen Stein in den Hals gesteckt hatte, der ihren Mund weit offen hielt. Kommandant Patrick Borneck, Leiter von Team 3 der Pariser Kriminalpolizei, hatte die Ermittlungen übernommen. Der sehr erfahrene Beamte hatte das Standardprogramm abgespult, Fotos vom Tatort gemacht und Proben genommen, die Nachbarschaft sowie Bekannte aus dem Umfeld der Toten befragt, Videoüberwachungsbänder überprüft, nach Zeugen gesucht und so weiter. Im Fokus hatten die Kunden des Lesquanc gestanden. Borneck hatte erwartet, sich mit Sexbesessenen und Perversen herumschlagen zu müssen, doch er irrte. Die Kundschaft bestand aus modebewussten jungen Leuten, koksenden Bankern und Pseudo-Intellektuellen, die es ausgesprochen schick fanden, Live-Shows aus einer anderen Epoche zu besuchen. Auch die Überprüfung von kürzlich aus der Haft entlassenen Sexualstraftätern und anderen im Visier der Sittenpolizei befindlichen Verdächtigen hatte nichts ergeben. Außerdem hatte Bornecks Team in der Bondage-Szene recherchiert, weil die Fesselung mit Unterwäsche an bestimmte BDSM-Praktiken erinnerte, ebenfalls vergeblich. Die Nachbarschaftsbefragungen, sowohl im Viertel der Deponie als auch am Wohnort des Opfers in der Rue Marceau in Ivry-sur-Seine, brachten nichts. In der Nacht vom 15. auf den 16. Juni hatte ein Uber-Taxi Sophie Serey um ein Uhr morgens nach Hause gefahren und vor ihrem Wohnhaus abgesetzt. Danach wurde sie nie wieder gesehen. Da sie am nächsten Tag frei hatte, hatte sich im Les Kwong niemand Gedanken gemacht. Polnische Bauarbeiter, die auf der Mülldeponie Bauschutt abladen wollten, hatten die Leiche gefunden. Bis dahin hatten weder die Wachleute noch die Überwachungskameras etwas Verdächtiges bemerkt. Man hat eine Zeichnung des Opfers angefertigt und ihre Vergangenheit durchleuchtet. Sophie hatte sich selbst als Künstlerin bezeichnet und sich um Engagements bemüht wie so viele andere nicht fest angestellte Schauspielerinnen. Sie hatte nur wenige Freunde, keine Lover und keine Familie. Sie war anonym geboren worden, also kannte niemand, nicht einmal die Polizei, die Identität ihrer leiblichen Eltern und in Ostfrankreich, teils in Heimen, teils in Pflegefamilien aufgewachsen. Nach einem Fachschulabschluss in Betriebswirtschaft in Grenoble zog sie 2008 nach Paris, um sich ihren wahren Leidenschaften, dem Tanzen und dem Striptease zu widmen. Borneck, der gegen so manches Klischee nicht gefeiert war, hatte angenommen, dass Sophie gegen Monatsende die Ebbe in der Kasse aufbesserte, indem sie mit ihren Bewunderern schlief. Doch er lag falsch. Es gab nicht den kleinsten Hinweis auf eine Liebhaber. Nach einer Woche war Grosseau aufgegangen, dass die Übernahme der Ermittlungen in dem Fall gefährlich dicht auf ihn zuraste. In der Mangelung von Ergebnissen tauschte die Polizei manchmal das Team aus, um sich das Gefühl zu geben, vorwärts zu kommen. Catherine Bompard, die Leiterin der Pariser Kriminalpolizei, hatte bei der Staatsanwaltschaft eine Verlängerung der Frist erwirken können, die der Polizei trotz fehlenden Gerichtsbeschlusses relativ freier Hand gewährte, und dann Corso in ihr Büro gerufen. Stéphane hatte sich gesträubt, aber Bompard hatte ihn schnell eingenordert. Er hatte keine Wahl. Die Ablösung des Teams war an diesem Morgen erfolgt. Corso hatte sich den ganzen Tag mit der Akte eingeschlossen, die bereits fünf dicke Ordner umfasste, um seinem Team am Spätnachmittag dann mit seiner selbst zusammengefassten Kurzdarstellung die Neuigkeit mitzuteilen. Die Lichter im Saal gingen an. Mamsel Nittouche hatte ihre Gelanden eingepackt, und zweifellos war auch Lavadol aufgetreten. Corso hatte nichts davon mitbekommen. Es war in der Zeit, Pierre Kamernski einen Besuch abzustatten dem Inhaber. Corso rief sich den Werdegang dieses Missetäters ins Gedächtnis, den er schon lange kannte. 2009, als er noch bei der Sittenpolizei arbeitete, hatte er ihn persönlich verhaftet. Pierre Kamernski kam 1966 in der Nähe von Chartres zur Welt und verließ den Bauernhof der Familie im Alter von 16 Jahren. Zunächst streunte er als Punk mit Hund umher, dann wurde er Jongleur und schließlich Feuerschlucker, ehe er im Alter von 22 Jahren in die Vereinigten Staaten übersiedelte, wo er in der Off-Broadway-Szene tätig war, zumindest behauptete er das. 1992 kehrte er nach Frankreich zurück, um in der Nähe der Place de la République einen Nachtclub namens Le Carisme zu eröffnen. Drei Jahre später wurde er wegen Körperverletzung an einer seiner Serviererinnen verhaftet und verurteilt. Bewährung, Bankrott, Untertauchen. Einige Zeit später eröffnete er einen Club, Le Chafouin, in der Nähe des Kanals Saint-Martin. Das Geschäft florierte, ehe er wieder straffällig wurde, dieses Mal wegen Zuhälterei. Drei Jahre Haft, von denen er nur zwei absaß. Im Jahr 2001 stieg er wie Phönix aus der Asche auf und eröffnete Le Charpey, einen Striptease-Club in der Rue de Pontieux, der acht Jahre lief, bevor er wegen Menschenhandels geschlossen wurde. 2013 schließlich erschien der Zuhälter wieder auf der Bildfläche und eröffnete das Les Quonks, ein sehr erfolgreiches Etablissement. Corceau landete in einer Garderobe. An zwei Wänden befanden sich Kleiderstangen mit Kostümen, an der dritten hingen mit Glühbirnen umrahmte Schminkspiegel. Auf einer Leiter stand ein Bühnenarbeiter, der eine Deckenleuchte reparierte. Kamensky überwachte die Aktion, als sei es der Bau der Brücke am Quai mit nacktem Oberkörper und in Drillighosen die Fäuste in die Hüften gestemmt. Sieh erinnert an, sagte er nach einem kurzen Blick auf Corceau. Die Polente ist da. Corceau zwang sich zu einem Lächeln. Ich wollte dir ein paar Fragen stellen. Ohne Vorwarnung nahm Kamensky die Senkutsu-Dachi-Stellung ein, mit gebeugtem, vorderem und gestrecktem hinteren Bein und geballten Fäusten. Hat es euch nicht gereicht, mich in Gewahrsam zu nehmen? Aufgrund von Kamenskys Strafregister war es Boneks erste Amtshandlung gewesen, den Mann zu verhaften. Ein weiterer Irrtum. Nach Überprüfung seines Alibis hatte der Polizist ihn einige Stunden später wieder freilassen müssen. Kamensky drehte sich in Richtung des Bühnenarbeiters und verführt einen Mabashi-Geri, einen drehenden Fußtritt in einem Umgang.